Hallo liebe Moviepiloten, ich bin heute aufgestanden und habe zig Artikel und Nachrichten von euch bekommen. Unter anderem wurde mir sogar nochmal das Interview geschickt, das ich letztes Jahr mit Sam Raimi geführt habe. Angeblich, und wie gesagt, das ist bisher nur ein Gerücht, ist es doch möglich, dass wir Spider-Man 4 kriegen von Sam Raimi mit Tobey Maguire. Ihr kennt mich, ich muss dazu ein Video machen, ich wäre mir selbst nicht treu, wenn ich dazu kein Video machen würde. Deswegen, was ich von der Nummer halte, das verrate ich euch jetzt, doch Achtung, hier kann es zu allgemeinen Spider-Man-Spoilern kommen. Bitten Sie euch dessen bewusst, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung, auch das sollte euch klar sein. Und damit wurden all das Slammer-Disclaim, legen wir los! Okay, letztes Jahr war wahrscheinlich der wichtigste Moment meiner gesamten Karriere, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe The Man Himself getroffen, Sam Raimi, und ich bin euch nochmal so dankbar, dass ihr dieses Interview derartig verbreitet habt, weil das war echt der Wahnsinn, ich kann euch nicht sagen, was für ein fettes Grinsen ich im Gesicht hatte. Ich meine, doch, ihr habt das Video gesehen, aber das Grinsen in meinem Kopf war noch viel größer. Und jetzt mal unter uns, danach hat er mir meine Evil Dead 2 Blu-Ray noch unterschrieben und gewidmet. Und seitdem bin ich ein wesentlich glücklicherer Mensch, als ich es vorher war. Denn ja, ich liebe Sam Raimi. Evil Dead ist für mich so ein Traum für Leute, die selber mal Filme machen wollen. Und was er damals gemacht hat, mit so wenig Geld, und dass daraus so ein tolles Franchise wurde, das so abgedreht ist. Es gab eine Zeit vor Evil Dead, es gab eine Zeit nach Evil Dead. Und sehr viele Leute probieren immer noch das einzufangen, was Evil Dead ist, und es gelingt ihnen nicht, weil es ist The Man, es ist Sam. Und ich liebe, liebe, liebe alles, was er aus dieser Reihe bisher rausgeholt hat. Und es gibt für mich zwei Personen, zwei Regisseure, die das Superhelden-Genre so beeinflusst haben, wie kein anderer. Das eine ist Christopher Nolan, man kann es nicht anders sagen. Was er mit der Dark Knight Trilogie geschafft hat, ist unfassbar. Ich meine, Batman Begins war ein Neuanstrich. Das war der Punkt, wo man gesagt hat, wir nehmen diese Superhelden so richtig ernst und erzählen geerdete Storys. Und es war Fluch und Segen, weil die Dark Knight Trilogie war super. Ich liebe sie bis heute. Und Dark Knight ist so ein Film, man liebt ihn, und jeder liebt ihn. Und irgendwie ist es dann schon inflationär, dass jeder sagt, ich liebe es. Und dann denkt man, aber ist der wirklich so gut, wie alle sagen? Und dann vergehen irgendwie Jahre, und man guckt den nochmal und sagt, ja, die haben einfach alle recht. Der ist immer noch genauso gut, wie alle sagen. Und deswegen Chapeau. Fluch ist die Nummer, weil danach zig Leute probiert haben, das nachzuahmen. Zum Beispiel selbst dieser Tarzan-Film, ich weiß schon, mit einem der Scar-Scards. Ist Batman Begins für Tarzan. Und den anderen Leuten fehlt halt das besondere Etwas, was Christopher Nolan hatte und Bruce Wayne gegeben hat. Und zwar auch das Herz, die Motivation und die passende düstere Atmosphäre, die zu einem Batman nun mal gehört. Und Matt Reeves hat nochmal seine eigene Version gemacht. Jetzt, das ist gerade der Top-Batman für mich. Ich liebe The Batman, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber der zweite wichtige Name ist Sam Raimi. Der hat diesen Superhelden Grace so richtig losgekickt mit seiner Spider-Man-Interpretation. Denn sie war lustig, sie war herzlich, aber für mich ist Spider-Man 2 einer der menschlichsten Superhelden-Filme aller Zeiten. Denn das, was man später irgendwann vergessen hat, gerade im MCU, ist der Grund, warum ich diese Superhelden-Story so liebe, ist, dass mich die Figuren hinter dem Kostüm so jucken. Und Peter Parker war ein Mensch mit echten Problemen. Ich meine, nicht nur im Liebesleben, auch im Berufsleben, er ist battlearm und er wird immer wieder runtergeprügelt. Und diese Doppelidentität, Spider-Man und Peter Parker. Wenn Spider-Man gut geht und er seinen Job richtig macht, geht's Peter Parker scheiße. Und wenn Peter Parker auf Spider-Man scheißt, geht's ihm besser, aber darunter leidet New York City. Und das war so ein wundervoller Ansatz. Und dazu hatten wir diese unfassbare Cinematografie, die ein Sam Raimi nun mal kann. Ich meine, er hat mit Evil Dead das revolutioniert. Und nach Teil 3 war Schluss, weil Teil 3 die meisten Leute gehasst haben. Ich hab ein Video, ich möchte nicht alles wiederholen, was ich in anderen Videos gesagt hab. Schaut euch gerne mein Rewatch-Video zu Spider-Man 3 an. Ich halte ihn für einen der unterschätzendsten Filme aller Zeiten. Aber ich hab damals Sam Raimi im Interview gefragt, ob es denn möglich ist. Und nachdem Tobey Maguire wieder aufgetaucht ist in Spider-Man Nowhere Home und nachdem Sam Raimi wieder am Start war bei Doctor Strange in The Multiverse of Madness, sagt er, jetzt ist alles möglich. Und Thomas Hayden Church, der Schauspieler, der Sandman gespielt hat und auch einen kurzen Auftritt hatte in No Way Home, hat gesagt, er ist sich bewusst, dass es diese Gerüchte gibt zu einem Teil 4. Und wenn es ihn gibt und wenn Sam Raimi Regie führt und wenn Tobey Maguire neu Pete ist, möchte er einen Gastauftritt haben. Mindestens ein Cameo. Und das ist wundervoll. Denn ich finde, dieser Peter Parker ist der, mit dem wir am meisten durchgemacht haben. Wir haben mit ihm Ben Parker verloren. Wir haben mit ihm die Arroganz erlebt. Wir haben mit ihm die ultimative Origin-Story gehabt, die jeder nachmachen möchte. Und gleichzeitig war New York ein Charakter. Das Schwingen selbst, das Schwingen war ein Charakter, der so wundervoll auf diese Leinwand geworfen wurde, dass es sich angefühlt hat, als wenn ich durch den Big Apple schwinge mit Pete. Mary Jane Watson war nie so wichtig. Auch diese Beziehung Harry Osborn und so weiter. Da gab es so viele Elemente im Erwachsenwerden. Das Besondere ist, ich kann mir diese Spider-Man-Filme angucken und ich verbinde etwas anderes mit ihnen, je älter ich werde. Als ich jung war, war es, oh cool, Goblin kämpft gegen Pete und Spider-Man und das ist Action und die sieht spaßig aus. Je älter ich werde, kann ich mich mit Peter Parker aus Spider-Man 2 identifizieren. Mit Geldproblemen, mit zwischenmenschlichen Problemen, mit Familie, mit Liebesleben und so weiter. Und wie schwer das alles ist und sogar mit dem Dritten noch erwachsener werden. Und jetzt haben wir das erste Mal die Gelegenheit, einen richtig erwachsenen Spider-Man zu haben. Wie sieht die Beziehung mittlerweile aus mit Mary Jane Watson? Sind die immer noch glücklich? Sind Kinder im Spiel? Wie managt er das? Hat er vielleicht Tante May verloren? Ich meine, es wurde ein bisschen beleuchtet in dem animierten Film. Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse. Aber den richtigen Spider-Man, den können wir jetzt sehen. Weil bis dato war es noch irgendwo Spider-Boy und ein Junge und er ist jetzt erwachsen. Und mit dem Erwachsenwerden kommen neue Probleme, neue Verantwortungen. Und mit großer Verantwortung, ihr wisst genau, was daraus folgt, oder? Ich bin so heiß drauf. Erst recht, wenn man überlegt. Sam Raimi hat mir tatsächlich im Gespräch verraten und das war leider bevor wir die Kamera angemacht hatten, André. Das hat mich so geärgert. Er hat mir gesagt, dass Bruce Campbells Auftritte in Spider-Man 1, Spider-Man 2 und Spider-Man 3. Ich meine, es sind ja alles unterschiedliche Cameos. Er war der Ringansager im ersten. Er war der Security Guard im Theater. Und er war der französische Kellner im dritten Teil. Und dass das eigentlich ein und dieselbe Figur sein soll und dass Raimis Idee war für ein Mysterio, was ziemlich cool ist. Das bedeutet, er hat schon immer in der Welt vom Schauspiel gearbeitet und wäre dann der ultimative Meister der Illusion. Das klingt so herrlich drüber und Raimi-mäßig. Und Vulture war tatsächlich angedacht als Bad Guy, gespielt von John Malkovich. Ja, einfach ja. Und das mit dieser unfassbaren Cinematografie, wo man wirklich Kämpfe haben kann über den Skyscrapern von New York. Ich meine, dagegen kackt das ab, was wir im MCU haben, muss ich einfach sagen. Hinzu kommt dann, dass man die Beziehung zwischen MJ und Pete nochmal auf die Probe stellen wollte. Durch die Einführung von einer bekannten Katze. Ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Und das ist einfach nur großartig. Ich hoffe, dass das nicht nur ein Gerücht ist. Ich hoffe, dass Kirsten Dunst zurückkehrt, Tobey Maguire und Raimi. Weil dann, glaube ich, kriegt das Superhelden-Genre endlich das, was wir brauchen. Ich habe das Gefühl, dass The Batman letztes Jahr viele Leute erinnert hat, warum wir überhaupt diese Cape Flicks so lieben. Wir lieben sie nicht wegen dem Bombast. Wir lieben sie nicht, weil alle zwei Sekunden etwas explodiert und es 20 Multiversen gibt. Ich meine, wenn das einfach nur der unique selling point wäre, wäre The Flash ein Erfolg gewesen. Ist nicht der Fall. Dann wäre auch Ant-Man ein Erfolg gewesen. Ist nicht der Fall. Nein, wir lieben sie wegen den guten Charakter-Stories. Uns bedeuten diese Figuren eine Menge. The Batman hat genau das verstanden. Es hat Gotham City verstanden. Es hat Bruce Wayne verstanden. Und niemand hat Peter Parker so verstanden wie Sam Raimi. Und deswegen, ich glaube, sollte das der Fall sein und sollte Sam the Man Raimi zurückkehren und uns einen Spider-Man 4 geben, könnte das tatsächlich dieses CPR sein, was das Superhelden-Genre braucht, das auch für Marvel ist, einen Charakter gibt, der Leuten so am Herzen liegt. Und man sagt, oh ja, genau deswegen habe ich damals überhaupt angefangen, diese Filme zu gucken, bevor es durch diese Maschine gepresst wurde und fließbandmäßig eine Show und ein Film jede Woche rauskam. Wegen diesen besonderen Ereignissen, wegen diesem Event-Charakter und wegen diesen Filmen, die halt auch noch genau das sind. Richtige Filme, Story. Vielleicht noch mit dem Look vom goldenen Hollywood wie Spider-Man 2 tatsächlich. Und allein, dass wir diese Möglichkeit haben, dass Sam the Man Raimi uns einen weiteren Spider-Man 4 geben kann und diese Geschichte tatsächlich zu Ende erzählen kann, weil Spider-Man 3 endet trotzdem bittersüß. Ich meine, MJ und Pete vertragen sich, tanzen miteinander in einer Jazzbar. Ich liebe übrigens die Tatsache, dass diese große Trilogie in einer kleinen süßen Jazzbar endet, auf einer bittersüßen Note. Aber man wollte noch mehr erzählen. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, das endlich auszuerzählen, am besten ohne Studio-Interferenz? Ja, das ist etwas. Der Typ, der uns dieses Geschenk gemacht hat, des Superhelden-Genres, dass der eventuell die Chance hat, das wieder zurückzubringen und zu retten, weil es mittlerweile futztrocken und uninteressant geworden ist? Ich bin da. Ich bin heiß. Erneut, alles was ich sage, kann in ein paar Monaten revidiert werden, aber das Gerücht existiert. Und ein Gerücht ist für mich Grund genug, vor eine Kamera zu springen, weil so viel bedeutet mir diese Trilogie. Und das sind meine Gedanken zu einem möglichen Spider-Man 4 mit Tobey Maguire von Sam Raimi. Jetzt frage ich euch, würdet ihr euch darauf freuen? Würdet ihr gerne nochmal diese Charaktere, diese Version von New York, diese Version von Pete, diese Version von Spidey besuchen oder auf die Leinwand geworfen bekommen? Schreibt mir all das in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.